Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sid Meier's Civilization 5. Wir werden mal Rebound, nächste Runde. Irgendwie noch Gold kriegen wieder. Verpiss dich du Wichser. Ist nicht. Es ist die Pflicht. Diplomatie. Klick erklären. Wir sehen. Zweifen. So. Wählen. Kann ich in Texcoco irgendwas kaufen? Ähm. Die hätte ich gerne. Produktion wählen. Amphitheater. Ähm. Kolosseum. Forschung wählen. Navigation. Nächste Runde. So. Ja. Verdammt. Hey. Ich hasse es. Mach ich. Ich mach jetzt Peking weg. Berg erschaffen. Berg erschaffen bitte. Danke. Nur mit Mühe. Krieg einführen. Verdammt. So. Frechheit ist das. so und wie kann er näher da oben der goang zu wieder abgeben weiß ich jetzt schon aber Zeit hier runter ein bisschen da vernichte ich keinen Angriff in Stellung bringen wenn nix ich muss erst rein so Produktion wählen Klopsierter nächste Runde so in der Nähe nicht mehr verbindet mit Tyrus immer schön angreifen der Linken findet das bestimmt nicht witzig so so Kernangriff rein bitte einmal war natürlich falsch der soll da rüber so Reichweite nichts tun so so nächste Runde ich nehme nehme ich auf jeden Fall ein Sian hat mit Tyrus Frieden geschlossen ist mir egal ist mir egal ja ja Sian schieß ruhig da drauf und dadurch Erfahrungspunkte werden besser der Linken sucht Investoren ist mir egal ist mir egal vorrücken vorrücken danke für die Information trotzdem angreifen und ich kann Stellung bringen danke Runde Ruhig auf die, soll noch meine Kanonen stehen bleiben Jan ist nicht so besonders stark So, marschiert mal nach hier, greift an Oh, spadieren bitte, danke, fairer Angriff, Option wählen Okay, danke, äh, Option-Kammer, Option wählen, äh, Universität, gerne, überteilen, nächste Runde Okay, du kannst dann nochmal angreifen Nächste Runde jetzt Ja, ja 21, ja, ja Mach dich weg, Peking Das gehört mir gleich So So ein bisschen aufpassen mit dem Gold Einheitenbeförderung Teilung Greifen Angreifen Greifen Einnehmen Peking eingenommen, statt ennektieren Weiter vorrücken Produktion wählen Tex Koko baut bitte ein Monument Wählen in Peking ist natürlich das Gerichtsgebäude So, mein Spion, bitte bewegen nach Noch Titlern Schließen Nächste Runde Nächste Runde Ablehnen Ich mach dich weg, weil ich Deine Scheiße hier Neue Einheit von Sophia bekommen Drill Verschanzen Ritter Nach vorne mit euch Kostspieliger Angriff Verschanzen Kostspieliger Angriff ist mir egal So Nächste Runde Wo haben wir den denn jetzt hier gefunden eigentlich Halt Ach, da oben Der ist bei mir gelandet Ich glaub, sie hätte er Gebaut Angreifen Angreifen Äh, Ruben, Dario Großes Werk erschaffen Und wählen Der Schieveturm von Pisa Vorrücken 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 Runde Ich muss also nochmal irgendwo eine Stadt gründen Um meine Religion wieder zu kriegen Ja Ja, scheiß drauf Rp heilen Angreifen Mal den Gegner da oben Ja, lassen wir mal Marschieren wir weiter Marschieren wir wieder da hoch Nächste Runde Nanjing Vorrücken Nächste Runde Nanjing wird jetzt natürlich auf die Schwertkämpfer hier vorne gehen Und die werden ziemlich niedergehen So Ähm Ähm Dup, 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 dup Abmarsch Rückzug Ähm Mal zurück Muss mal nach vorne So Einmal Nanjing angreifen Nach da vorne Produktion wählen Shanghai Baut bitte Ein Tempel Architektur Brückst bitte vor Verschanzen bis zur Heilung Nächste Runde Meine Sperrkämpfe hier unten sind natürlich gefährdet Aber Ich bin jetzt noch einmal Marschieren Großen Ingenieur Ich habe einen großen Künstler Großes Werk erschaffen Danke Könnte die Produktion beschleunigen Könnte aber auch noch da oben irgendwo hin Marschieren Erstmal Vorteilung Angriff Krämpf Krämpf in Stellung bringen Direkt noch einen Angriff reiten Kann ich nicht Okay Nächste Runde So Hier oben Angriff Nächste Runde Das ist 20 Egal Nun müsst ihr jetzt schießen können Wir warten Die am meisten Lachen Die am meisten Lachen sind Wir Da habt ihr meine Reichheit Dann Klappen wir euch in die Richtung Ich noch einen vor Langschwertkämpfe bitte vorrücken Die Produktion wählen Ist Ähm So Meereshafen Die Dänen kommen Nächste Runde Okay Meine Ritter da unten müssen leider hart einstecken Okay Großen Generalen Wo habe ich ihn denn Produktion wählen Hier Ich gerne bitte Colosseum Hier hätte ich gerne bitte die Werkstatt Ähm Du gehst mal nach Texcoco Die große General Schau mal bitte nach hier aus Und Da noch gleich mal was hin Rücksicht nach davor Wir bombardieren Nanjing Würde ich meine Einheit voll verlieren Möchte ich nicht Nächste Runde Gegner in der Nähe Sehen Ob ich gleich Texcoco Ganze bis zur Heilung Ähm Wo stehe ich Tundra So Ein Angriff Erst mit den Rittern rein Die gehen jetzt drauf Egal Reicht nicht Okay Nächste Runde Nächste Runde bin ich drin Das ist gut Nanjing ist dann gleich auch noch weg So Einmal mit den Kanonen drauf Damit die Rittern rein Äh mit den Schwertkämpfern rein Voll netter suchte Investoren kann ich mir nicht leisten Ich habe den schiefen Turm von Pisa Äh Dann hätte ich gerne Hyros Gold Ähm Einen großen Wissenschaftler bitte Du baust hier die Fabrik Ähm Der große Wissenschaftler wird losgeschickt Irgendwas zu tun Nanjing wird im Fernkampf zerstört Und dann von mir eingenommen Damit ist es meins Statt anektieren So Damit müsste die Hauptstadt jetzt Xi'an sein Sehr gut Das wollte ich Dann habe ich sie nämlich hier unten direkt Produktion wählen Opernhaus Produktion wählen Monument Produktion wählen Äh Nein Keine Einheiten Einmal zuklappen Gerichtsgebäude Einheit benötigt Befehle So Hier marschiert jetzt Alle mal Hier runter Nächste Runde Alle Einheiten noch runter Da oben ist noch ein Inquisitor Alles klar Alles klar Okay Ähm Okay Hier errichten wir das Große General rückt nach davor Da bauen wir dann eine Zitadelle Krieger von mir bitte Alle nach hier unten Produktion in Peking Ist bitte die Bibliothek Bildausstellung Okay Und das herbesteuern Ähm Nehmen wir das Nehmen wir das Dann ist das sowieso Egal Ich hätte gerne Bitte Die Bibliothek Und du ganz schnell Nach Hier unten Noch Titel an Ist was gestohlen worden Mein Robo von Spion Ist echt nicht gut genug Aber Diese Folge ist jetzt rum Entsprechend Ich habe mich lieb Ihr mich hoffentlich auch Drückt die Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Ansonsten drückt den Daumen nach unten Schreibt mir gerne Kommentare Lasst noch ein Abo da Was ist das Haus Tschö.